hallo ich bin hier in Paris und zwar im Frontinand im Sandarmel Mercantile Building und ich wollte euch hier mal neue Tassen zeigen, ganz frisch eingetroffen, pass mal auf, ganz hübsche Tassen da haben wir einmal hier die Rot, die Mini Maus, einmal Mini von hinten und einmal Mini von vorne sieht der hübsch aus, muss ich sagen, kostet 12,99 Euro so und dazu gibt es natürlich die Puzzle Mickey, das ist dann grau im rot und auch noch von hinten natürlich, er klettert wie die Tasse, das sieht sehr hübsch aus, richtig so 3D mäßig, ganz toll gemacht so, das wäre natürlich noch nicht alles, das finde ich euch ein Video, zeige da natürlich richtig, passt mal auf, es gibt dazu noch eine riesengroße Tasse das ist eigentlich mehr so ein Schlüffer für Suppenschale, was jetzt mit Henkel drauf richtig, ich habe Schlüffer, rau, rot im Innenleben und auch die zeige ich euch von hinten mal und ihr seht auch schon die Größe, die ist unwahrscheinlich groß so und der Preis wird euch überraschen die kostet nämlich nur 14,99 so, also 14,99 hier für die große die kleine große oben drauf lasse ich mal so stehen kurz dann zeige ich euch nämlich noch die zweite und zwar nehme ich die für Mini so, das ist jetzt für die Tasse sehr groß gemacht und denkt glücklich, sie kommt rausgesprungen und war hinten jetzt mit richtig 3D, jetzt sieht es richtig gut aus das kommt rüber mit dem Bild, so wie es hier in Wirklichkeit auch ist also 14,99 hier das ist das, was ihr euch zeigen wollt hier ganz frisch eingetroffen, ganz neu hier im Disneyland Paris das war im Disneyland Paris Tschüss, bis zum nächsten Mal bei der Siropa Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017